Ein totales Massaker, ein Cop ist in der Flagge. Mal schauen, ob er den findet. Der ist in der Flagge! Der musste da oben wieder... ...oder schneidest du unten auf. Dann einfach nach oben durchprimeln und holen ihn wieder zum Loch raus. Von unten. Ja, genau. Der hat noch lange gezappelt. Der Akku? Der läuft von der Drohne an. Ja. Der hat noch ewig gezappelt. Der hat noch ewig gezappelt. Die Regner haben gekauft. Für den Daniel.